Die Psychopathologie des Monströsen. Wirklichkeit ist die Manifestation von etwas Potenziellem durch eine Wirbildung mit der Wahrheit, unserem Imaginären, der Sinnlichkeit. Wahrheit selbst ist unendliche Potentialität. Aus irgendeinem Grund ist es, dass der Tierart Mensch passiert vor der Potentialität. Wir können auch das Wort Gott dafür benutzen, eine Angst zu entwickeln, die ja bedingt, sich als von der Wahrheit, der Potentialität, Gott, zuerst einmal getrennt zu fühlen, um dann Angst zu haben, die das Gefühl des Getrenntseins fixiert. Der Mensch hat eine Methode gefunden, wie er die Angst an seine Nachkommen derart nachhaltig weitergibt, dass diese kaum aus ihr herausfinden können. Die Methodik nennt er Erziehung. Erziehung ist die erzwungene Identifikation mit den Anderen durch Fremddefinition. Der junge Mensch wird durch Gaslighting in der Entwicklung des eigenen Identitätskerns behindert. Das Symbolhafte tyrannisiert, heilbringend, erlöserisch das Selbst des Anderen, der aufgrund seiner primärexistenziellen Abhängigkeit zu den als Tätern auftretenden Eltern auf das erpresserische Vorgehen eingeht. Wenn wir hier von Entwicklung sprechen, ist damit nicht gemeint, dass jemand sich als Vorhandenes abwickelt, sondern dass jemand sich in seiner Potentialität immer wieder kreiert. Und wir sprechen davon, dass der Andere in Gestalt der Erziehungsagentur Eltern hiervor eine monströse Angst hat und den Neuankömmling hemmt. Nicht nur ist Substanz Subjekt, sondern Substanz ist Beziehungsstruktur, also Prozess. Subjekt und Objekt unterscheiden sich nur insoweit, als dass im Objekt im Moment dessen Verwirklichung weniger Veränderung geschieht als im Subjekt. Hans-Peter Dürr sagte dazu, Dem Objekt fallen nur im Moment weniger ein und es kopiere sich eben einfach. Objekt und Subjekt unterscheiden sich grundsätzlich nicht. Die Unterschiedlichkeit ist graduell, da der Konflikt des Subjekts mit der Wahrheit größer und somit auch die Anziehungskraft und kreative Mobilität im Erschaffen gemeinsamer Wirklichkeit variabler ist. Das Objekt entwickelt einfach weniger Fantasie und kopiert sich eher, als es sich umformiert. Werde ich zum Objekt der Erziehung gemacht, wird von mir ein geringerer Grad an Lebendigkeit erwartet, weniger Sinnlichkeit, weniger Kreativität, weniger Eigensinn, insofern auch eine höhere Berechenbarkeit so, wie es dem alten physikalischen Weltbild eines mechanischen kalten Universums entspricht, welches keine Kreation ohne Vorherbestimmtheit kennt. Der Mensch möchte Wahrheit nur als eine Urknallentfaltung von etwas Daseindem sehen. Die Physik erkannte ab etwa 1900 langsam ein lebendiges Ganzes, das eigentlich nicht einmal greifbar als Nichts ist. Der Konflikt mit der lebendigen Wahrheit scheint nun aber ein solch großer geworden zu sein, dass er einen Erlösungswunsch entwickelte, der das Objekthafte anstrebt. Der Mensch sucht seine Ruhe in der Kopie. Identifikation statt Identität, Maschine statt Mensch, Kopie statt Original, Moral statt Ethik, Kultur statt Natur, Stadt statt Wald, Hygiene, Kontrolle, Höflichkeit, Anpassen, Fresse halten. Du bist dann mein Kind, wenn du bist, wie ich es sage. Ansonsten, Hänsel und Gretel ist ja eine schöne Geschichte. Dieses Monströse der elterlichen Erpressung, die ja eine grausame rituelle Einführung in die Welt derer darstellt, mit denen der Neuankömmling leben soll, ist so erschütternd, dass über diesen Missbrauch nicht gesprochen werden darf. Er ist das heilige Geheimnis, das um jeden Preis und mit allem Ernst beschützt werden muss. Der Neuankömmling darf nicht mehr in seiner sinnlichen Vorstellungswelt leben, um mit der Wahrheit Wirklichkeit zu bilden. Stattdessen soll er, und das ist seine einzige Möglichkeit des Überlebens, die eben auch alle anderen gewählt haben, und da hat jeder mehr oder minder die Freiheit der Wahl, seine tiefe Angst und sein Leid minimieren, indem er sie in das Symbol verschiebt. Aus diesem Grund hat das Symbolhafte eine Abspaltung vom Imaginären erfahren und ist hypertrophiert. Das Symbolhafte hat keine Intuition, es versucht, alles berechnend und planerisch zu regulieren. Jedoch keine Intuition zu haben, bedeutet, in einem kalten, objekthaften Universum gefangen und verloren zu sein. Das Symbolhafte hat eine Schaltzentrale, die ihm von den Eltern eingepflanzt würden, Lacan nannte sie im Namen des Vaters, als übergeordnetes, strukturierendes Prinzip, eine im Symbolhaften angesiedelte Entität, welche für die Konstanz der Gesetze der symbolischen Ordnung sorgt. Dieses wird später oft durch ein pubertäres Ideal-Ich ersetzt. Das übergeordnete Prinzip hat Schuld das Ideal-Ich-Schamgefühl als Motivationsmaschine, um den objekthaften Menschen in Bewegung zu setzen. Beide Entitäten sind ebenfalls für die Verschleierung der Eltern als Täter da. Sie erzeugen die Verdrängung innerhalb des Imaginären, indem sie das Imaginäre in seiner Sinnlichkeit und damit den eigentlichen Denkprozess beschädigen. Und er wird das sagen, was Konstantin Wecker sagte, ich habe eine Kopie meiner selbst abgeliefert und ich habe sie geglaubt. Und diese Aufführung, die interessiert mich. Sie ist, was Menschen tun, wenn man Menschen beobachtet und man sich fragt, was ist der Grund dafür, warum tun die das? So seltsam ist, was kein anderes Tier versteht und seltsam, wie es kein anderes Tier täte. Warum? Eine Aufführung, die etwas bedeutet, dass sie nicht zeigt, da sie durch etwas angetrieben wird, das sie selbst verstecken will. Das, was sie nicht zeigt, ist ihr Sinn. Sie ist symbolisch und besteht aber auf ihrer Wahrhaftigkeit. Mit einem tiefen Ernst, der nicht dulden kann, dass hier Zweifel sein dürfen. Das Trauma der Entselbstung durch die Eltern ist, um es zu verstecken, über das Symbolhafte in eine rituelle Aufführung verschoben worden und dreht sich nun um einen Gegenstand, der einmal das Trauma berührte. Das Symbolhafte ist Autor, Regisseur und tyrannischer Unterdrücker eines geheim gehaltenen Wissens, das im Imaginären verborgen liegt und mittels eines Münchhausen-by-Proxy-Syndroms geschützt wird, das das Symbolhafte dem Imaginären antut. Und wie Siron in »Auf den Gipfel der Verzweiflung« schreibt, »Statt dass der Mensch eine durchstrahlende Wesenheit, ein sonnenhaftes und funkelndes Dasein anstrebt, anstatt für sich selbst zu leben, nicht im Sinne von Selbstsucht, sondern von innerem Wachstum, ist er zum sündigen und impotenten Knecht von draußen verfallen.« Zitat Ende. Er spielt selbst Gott und will eine eigene Schöpfung schöpfen, eine eigene Welt schöpfen, immer in der Angst vor dem Nichts, der Entdeckung seines Traumas, der Entselbstung, und ist erschöpft. Dagegen, derjenige, der weiß, hat sich von allen Fabeln getrennt, die die Begierde und das Denken schaffen. Er hat sich aus dem Stromkreis ausgeschaltet, er willigt nicht mehr in den Trug ein. Émile Siron. Zitat Ende. Aber das sind wenige und sie halten ihr Wissen kaum aus, das keiner hören will und sind ermüdet von all den erlösungssuchend rituellen Aufführungen ihrer wahnsinnig gewordenen Menschenkollegen. Eine Gesellschaft, der nicht aufgeht, das Wettkämpfe, das Jagen nach Eigentum, Depressionen, Süchte, ritueller Hausputz, Angststörungen, moralische Anpassung, Essstörungen, Technokratie, Hierarchie, Prominenz, Identitätssuche, Maschinendiagnostik, Zwänge, Kriege, Konsumismus und so fort nichts als das gleiche Ergebnis einer traumatisch-narzisstischen Störung sind, lebt den Wahnsinn einer unsichtbaren Verschränkung von rituellem Erlösungsschauspiel und monströsem Trauma. Es tyrannisiert uns. Eine Begierde, die da draußen nicht findet, was sie tatsächlich sucht. Die Identität des Selbst, den Faden, der uns mit dem Ganzen verbindet, weil sie sich im eiskalten Symbol versteckt hat. Uns ist die Sinnlichkeit abhandengekommen und somit das ganzheitliche Denken, das Liebe und Kreation, Bindung und Wachstum hat. Wir wissen also, einen Rauswurf aus dem Paradies, initiiert von im Namen des Vaters, hat es nicht gegeben, sondern eine Entfremdung vom Selbst durch die Eltern oder deren Vertreter. Damit einen Versuch, das Symbolhafte vom Imaginären zu trennen. Erst dann kam es zu einem Erzeugen des im Namen des Vaters und später des Ideal Ich als Gegengott-Agenturen, die sich einen Erlösungsort als Paradies illusionieren. Dieses Paradies soll eines ohne Lebendigkeit sein, eines, das von Maschinen erzeugt und aufrecht erhalten werden soll. Ein El Dorado der Objekte, eine große Fahrt zurück ins Nichts, aus dem wir stammen. Die Bestätigung dessen, was wir sind. Nichts. Die Bestätigung